Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Real Talk Video mit einem sehr provokanten Titel. Habe ich aber ganz bewusst so gewählt, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass viele von euch dieses Video schauen. Real Talk Sex und Geld, wie hängt das miteinander zusammen? Und zwar ganz einfach. Ich möchte euch gerne dazu auffordern, mehr über diese Themen zu sprechen. Mit eurem Partner zu sprechen, mit euren Freundinnen darüber zu sprechen. Starten wir mal mit Sex. Die wenigsten von uns gehen doch ganz offen in Kommunikation über dieses Thema. Das fängt ja schon beim Partner an, was echt ein großes, großes Problem ist. Wenn man mit seinem Partner, mit dem man Sex hat, nicht offen über dieses Thema sprechen kann, wird es dann schwierig meistens im Bett. Wenn man sich nicht sagen kann, das mag ich, das mag ich nicht, dann findet man auch nicht seinen gemeinsamen Rhythmus. Und dann ist es für einen von beiden, wenn nicht sogar für beide, manchmal ziemlich doof. Aber auch der Austausch mit Freundinnen. Als ich dann damit angefangen habe, ich bin auf so positive Resonanz gestoßen, ich habe da halt auch eine niedrige Hemmschwelle, ja. Aber wenn man sich dann ganz offen darüber austauschen kann, ist das ganz automatisch, dass man da einfach offener wird. Und ich habe dann so ganz, ganz tolles Feedback von Freundinnen bekommen, die so sagen, ich habe noch nie mit jemandem darüber reden können. Ich habe sonst niemanden, mit dem ich über dieses Thema reden kann. Und das ist doch schlimm. Sex ist ein so großes Thema in unserer aller Leben. Und wenn wir niemanden haben, mit dem wir darüber sprechen können, wie schlimm ist das eigentlich? Aber es muss immer einen geben, der den ersten Schritt macht. Und deswegen möchte ich euch gerne dazu auffordern, mit euren Freundinnen, mit eurem Partner offen über Sex zu sprechen. Schneidet doch beim nächsten Mädelsabend das Thema einfach mal an. Und nicht so lustig, locker, flockig, sondern einfach mal ganz ehrlich. Die und die Probleme habe ich zum Beispiel mit meinem Partner im Bett. Oder das und das würde ich gerne mal ausprobieren. Wie siehst du denn das? Also ich gehe da ganz offen in Kommunikation mit meinen Freundinnen. Das und das würde ich gerne mal ausprobieren. Wie findest du denn das? Also manchmal möchte ich mir auch einfach gerne eine andere Meinung einholen. Oder ich möchte auch von den Dingen erzählen, die ich erlebe. Ich möchte mich darüber mit jemandem austauschen. Und deswegen da einfach ganz, ganz offen sein. Ganz offen darüber sprechen. Man kann so lapidar auch mit so einer Dildo-Party starten, wie wir das gemacht haben. Da kommt man vielleicht schon mal so ein bisschen dahin. Aber auch nicht so, als wenn man einfach mal zusammen bei einem Cocktail sitzt. So war das mit einer Freundin bei mir. Und dann einfach mal laufen lässt. Und wenn man da ganz offen rangeht und das Thema anstößt. Die Leute haben so viel zu erzählen. Die freuen sich so sehr darüber, dass da jemand ist, mit dem man wirklich offen darüber reden kann. Wichtig ist halt immer toller ran zu sein. Nicht zu urteilen, aber gerne auch Ratschläge zu geben, wenn man darum gebeten wird. Und genau so sehe ich es tatsächlich mit dem Thema Geld. Wann habt ihr denn das letzte Mal mit eurem Partner oder euren Freunden über Geld gesprochen? Das ist eigentlich fast noch schlimmer, als über das Thema Sex zu sprechen, habe ich so das Gefühl. Es gibt jemanden, der bringt immer wieder den Spruch, da kommt mir die Galle hoch, über Geld spricht man nicht. Warum? Ist mir absolut nicht, leuchtet mir absolut nicht ein. Auch die Leute, die sagen, nein, man erzählt nicht, wie viel man verdient. Nein, man fragt niemanden, wie viel man verdient. Warum denn nicht, um Himmels Willen? Also Geld ist ja jetzt einfach nur, ist ja einfach nur, ist einfach nur eine Währung. Einfach nur ein Tauschmittel. Mehr ist es ja nicht. Geld ist nicht positiv, Geld ist nicht negativ. Wir machen Geld positiv oder halt eben negativ. Und es ist genauso was wie Sex. Über Sex sollte man nicht vor vorgehaltener Hand reden oder nur in eigenen vier Wänden. Das ist ein ganz normales Thema. Und so genau sollte es auch mit Geld sein. Dass man ganz offen mit dem Partner darüber spricht, gerade bei uns Frauen, gerade bei uns Müttern vor allen Dingen, die dann vielleicht in Elternzeit zu Hause sind und dann natürlich nicht finanziell das beitragen, was der Mann beiträgt. Und dann entsteht da immer so eine, jetzt fehlt mir das passende Wort, so eine Kluft zwischeneinander. Der eine sorgt dafür, dass Geld reinkommt. Der andere hat aber einfach nicht die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass Geld reinkommt, weil man bei den Kindern zu Hause ist. Und auch so dieses, viele Frauen würden vielleicht gerne 40 Stunden arbeiten gehen, gehen aber nur 20, damit der Mann 40 Stunden arbeiten gehen kann. Wieso können nicht beide 30 Stunden arbeiten gehen? Oder viele Frauen, die müssen 40 Stunden arbeiten gehen, würden aber lieber 30 Stunden gehen, möchten das ihrem Partner aber nicht so offen eingestehen. Warum nicht? Warum können wir nicht offen über solche Themen sprechen? Vor allen Dingen mit den Menschen, mit denen wir nun mal unser Leben teilen. Und dann nehme ich Sex und Geld, werfe ich da einfach mal in einen Topf. Und genauso wie ich möchte, dass ihr gerne mit eurem Partner und euren Freundinnen über Sex redet, genauso möchte ich, dass ihr mit diesen Leuten ganz offen über Geld sprechen könnt. Und ganz, ganz vieles dazu zum Thema Geld habe ich auch gelernt aus diesem Buch hier. Madame Moneypenny, auf sie bin ich gestoßen. War eine Instagram-Empfehlung, dann habe ich angefangen, ihren Podcast zu hören und dann habe ich dieses Buch hier von ihr gelesen. Madame Moneypenny, das ist Natascha Wegelin. Und sie hat das Buch geschrieben, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können, aus dem RORO-Verlag. Und sie hat auch einen Finanzjournal, mit dem ich bald arbeiten werde. Und ich habe sie auch bald im Interview da, da freue ich mich sehr drüber. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Und das ist so ein Buch. Ich habe das schon bei einer Handvoll anderen Büchern gesagt. Und da zählt das jetzt wieder drunter. Das ist so ein Buch, von dem ich möchte, dass das jede Frau in Deutschland liest. Jede. Egal ob Studentin, egal ob 50 Jahre alt, egal ob du wenig Geld hast oder viel Geld hast. Egal ob du Mama bist oder nicht Mama bist. Egal ob du 20 oder 40 Stunden arbeiten gehst. Weil hier geht es auch um dieses Thema, ganz offen über Geld zu sprechen mit dem Partner, mit den Freundinnen. Es geht um Altersvorsorge. Und das ist so ein Thema gerade für jüngeren Frauen, oder ich spreche jetzt einfach mal von mir. Das ist so, ich habe keine Ahnung davon, also beschäftige ich mich nicht damit. Aber irgendwann wird es einen ja einholen. Also, wenn man keine Ahnung von einem Thema hat, dann liest man halt dazu und beschäftigt sich damit. Und dann wird man zu einem kleinen Experten seiner eigenen Finanzen, seiner eigenen Altersvorsorge, seines eigenen Vermögens. Denn auch darum geht es in diesem Buch, ein Vermögen aufzubauen. Und das nicht, indem ich irgendwelche wilden Spekulationen mache oder, 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 oder mit irgendwo viel Geld leihe, um dann wieder irgendwo was anderes kaufen zu können. Nein, das ist auch wirklich sehr, sehr praktisch, sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel. Auch wunderschöne, geniale Spartipps, die ich noch nicht kannte, die ich jetzt anwende. Also, bitte, ich habe, ich sage das manchmal so, ne. Wenn ich mit diesem Video auch nur eine Frau davon überzeugen konnte, offen über Sex und Geld zu sprechen und dieses Buch zu lesen, dann hat sich dieses Video schon für mich gelohnt. Wenn ich daraus 20 oder 100 machen kann, dann umso besser. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle tatsächlich sehr freuen, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden teilt. Wäre doch auch ein super Einstieg. Hey, guck mal, ich habe dieses Video gerade gesehen, Link per WhatsApp verschickt. Lass uns mal wieder treffen und quatschen über Sex und über Geld. Und danach holen wir uns beide dieses Buch, lesen das und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann reden wir mal über dieses Buch. Das wäre mir ein großes Anliegen, ein großer Wunsch, wenn ihr daran teilhaben wollt, dass Frauen mehr über Sex und über Geld sprechen und ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Dann würde ich mich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr aktiv dieses Video mit euren Freunden teilt. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Ich bin jetzt sehr, 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 tatsächlich sehr gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das seht. Offen über Sex und Geld zu sprechen und sich auch aktiv mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Das Buch verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Ich freue mich jetzt sehr auf den Austausch mit euch in den Kommentaren und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020